Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum Halbfinale im DFB-Pokal, Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Ein kleines Derby heute. Ja, wir sind gespannt aufs Spiel mit den Jungs am Start heute. Und ja, Leverkusen hat in der Vorrunde im Viertelfinale gegen Stuttgart 3-2 gewonnen und die Düsseldorfer haben gegen St. Pauli 4-2 nach Elfmeterschießung gewonnen. Das wird ein spannendes Halbfinale. Es geht ums Finale heute. Der Gewinner fährt nach Berlin, was Bayer wollen, was Bayer unbedingt wollen. Die Fans sind heiß, wir sind auch heiß mit den Jungs hier. Und ich würde sagen, was für einen Tipp, Bruder, Jamie? Der Tipp für heute ist entweder 4-2 oder 4-1 für Leverkusen. Was tippst du, Elie? Ernst, was tippt ihr? 2-2 Leverkusen. 3-2 Leverkusen, Junge. 3-2 Leverkusen. Und alle sagen, ich sag, das wird ein 3-2, so ein spitzes 3-2. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns vorm Stadion. Angekommen am Stadion, Freunde. Und hier sind auch schon die ganzen Düsseldorf-Fans am Start. Let's go. Elie, Passachs dazu. We'll do. Start-L von Düsseldorf. Ich kenne kein einziges Stülapermun. Die Jungen. Hier kommt der Schöpfle. Unser Chef-Hinner heißt Schabi. Er tut heute mit der Nummer 17 Spielt Matej, mit der Nummer 2 Josef, und der Spieler mit der Nummer 4 heißt Jonathan, mit der Nummer 8 Robert, und der Nummer 10 heißt Florian, mit der Nummer 12 Elfmund, mit der Nummer 40 Spielt Patrick, mit der Nummer 20 Alejandro, mit der Nummer 21 Armin, und der Spieler mit der Nummer 30 heißt Shevi, und mit der Nummer 34 Skrini, die Option für den spätestens Spielverlauf für das Tor. Starte von Leverkusen! Let's go boys! Wir sind so investments. Leverkusen, in Leverkusen und in Leverkusen. Ich fühle mich nicht schlecht. Zurück an, dass du dir in ihrem eigenen perfekten Gegenteil hast! Leverkusen! Armstark! Assim! Schnellen beginnt! *** *** *** *** 1-2, 2-4, let's go! Direkt der Jubel vor mir, Liga! Das war dein Vorlinger! Wir stehen hier unter den Siegern. 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 2-0 Leverkusen. Das war die nächste Minute. Wir stehen hier unter den Siegern. Wir stehen hier unter den Siegern. kalau der Jubel geht es zu endlich haben, ich bin hier an. Wir stehen hier unter die Straße bes Licht!!! J� har kein Qualität! Das ist Kualte! Und die Minute! Wirkstel! Unser Totschütze, der Spieler mit der Nummer 10. Fürth! 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 Klapp alle bist du locker. Geht nix. Oh, was eine dicke Chance, der auf der Linie noch gerettet. Der muss einfach reinstehen. Halbzeit, Leverkusen 3 bis 2 auf 0. Was für deine Halbzeit? Totsch ist jetzt 3-0 für Leverkusen. Easy Halbzeit. Sehr stark gespielt. T-Shot steht dir, Digga. Illy, was sagst du zur Halbzeit? Sehr gut. Was? Ich bin lauter, Digga. Was hätt ich nicht? Sehr gut. Wir noch besser. Ja, Jamie. Mein Tipp war 4-1. Euer Tipp geht bis jetzt für mich auf, ne? Ja, mein Tipp war 3-1. 3-2. Aber mal gucken. Düsseldorf hatte gute Chancen. Die müsste ich machen. Ein paar Chancen hundertprozentige. Aber Leverkusen ist halt Qualitätssache. Die erste Liga gegen die zweite Liga ist Qualitätssache. Ich würde sagen, da kommen noch ein paar Tore. Wenn nicht sogar eine richtig fette Klatschspiele wachsen. Lachen für Düsseldorf. Mit der Freude. Ich würde sagen, wir sehen uns zusammen zur zweiten Halbzeit. Die zweite Ecke beginnt. Ich gehöre zu meinen T-Shirts jetzt. Auf die Seite. Düsseldorf. Elvis vom Kürbel. Auf die Zwei drinnen. Und auf die Zwei. Der Unterricht. Der erste Titel. Der letzte Titel. Und die Zuschauer. Der eigentlich durch das acht Werden der Glück. Der Papa. Bruder, ich hätte sie gegönnt und schwirbeln, aber Digga, die müssen sie machen. Und dann kurz endlich gehen. Der Scheck läuft. Der Trink oder was? Der Scheck, glaube ich, Elfmeter. Anstieg oder so. Elfmeter, glaube ich. Schliesslich. Anstieg oder Elfmeter. Ja! 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 Und jetzt geht es seit letztendlich eine Minute zuerst. Wir versuchen Grimalos Trikots zu holen mit den Jungs, mit der Spanienflagge. Es hat mir Grimalos vorbeigefaut. Nein! So Freunde, das war's aus dem Blog. Das heißt, das Spiel, D4 Pokal. Grimalos Trikots zu holen. Ausstieg links. Am Ende versucht Grimalos Trikots zu holen mit der Flagge. Aber ein schönes Spiel, easy gewonnen, 4-0. Es geht nach Berlin. Oder, Ili? Es geht nach Berlin, Bro. Wenn du da was sagst zum Spiel. Perfekt, Bruder. Langweilig. Jawohl, Männer. Ja, Junge. Nein! Ja, Freunde. Wenn ihr wollt, lasst mal Benni fahren, lasst uns gleich da. Abonnen nicht vergessen. Kommen wir auf Instagram. Ili. Alles gut zu Geburtstag, Bruder. Ich würde sagen, haut rein, sehen uns zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.